Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und ich kann selber kaum glauben, dass ich das sage, aber wir haben schon Donnerstag. Wir haben Donnerstag und die ersten drei Tage habe ich so ein bisschen für mich genommen, als eine Art mentaler Urlaub. Ich war relativ wenig auf Social Media unterwegs, habe sehr viel das gemacht, was mir Spaß macht. Unter anderem habe ich genäht, dazu kommen wir gleich und am Wochenende steht dafür umso mehr an. Heute ist tatsächlich eher noch ein ruhigerer Tag und ich mache mich gleich auf den Weg in die Stadt. Morgen treffe ich mich einmal zum Laufen und einmal treffe ich einen Freund aus Berlin und am Samstag fahren wir nach Berlin und bleiben bis Mittwoch vorm Tag. Und zwar geht es in Berlin darum, dass am Samstag ein neuer Film gezeigt wird und zwar Barbie. Da bin ich eingeladen worden, da fahren wir hin, ich freue mich auch schon. Und da kommen wir auch gleich zum Nähaspekt, weil ich habe mir ein Outfit genäht. Habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Und dass wir bis Mittwoch da bleiben, ist dem geschuldet, dass wir am Dienstag ein Fotoshooting, ein Videodreh mit Mizuno und Top for Running haben und abends dann einen Community Run. Und das wird auch richtig cool und ich freue mich auch sehr drauf. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, vor allen Dingen auch noch in Berlin. Ich liebe ja Berlin. Das ist erstmal so die ganz, ganz grobe Planung, was im Einzelnen dann genau passiert. Zeige ich euch dann die Tage, nehme euch natürlich mit. Was jetzt den Nähaspekt angeht, ich habe tatsächlich, vielleicht wissen das einige von euch, drei Jahre lang Motodesign studiert. Ist so ein kleiner Fun-Fact, ich habe das Studium nicht abgeschlossen, weil man für den Bachelor, da man eine Kollektion genäht hat und eine Bachelorarbeit geschrieben hat, relativ viel Geld brauchte, um diese Kollektion zu nähen. Und damals hätte ich mir dann noch ein Semester rausnehmen müssen, um zu arbeiten, um das Geld dafür zu verdienen. Und das war es mir dann irgendwie nicht wert, weil ich mich da beruflich einfach gar nicht so gesehen habe. Dann habe ich ja Fitnessökonomie studiert, dreieinhalb Jahre und habe dann da auch meinen Bachelor gemacht. Kann aber immer noch nähen. Lieber das immer noch, habe es aber so lange nicht mehr gemacht. Und irgendwie, fragt mich nicht warum, aber irgendwie bin ich auf den Trichter gekommen, dass ich mal wieder nähen möchte. Und weil es ja ein Badefilm ist, habe ich mir was Pinkes genäht. Ich habe tatsächlich, vielleicht wissen einige, was eine Overlock-Maschine ist. Ich habe keine Overlock-Maschine. Die versäubert die Nähte in der Innenseite. Das sieht dann super schön sauber aus. Das muss ich mit einem Zickzack-Stech machen. Deswegen, don't judge me on my Zickzack-Stech. Ja, aber ich habe es trotzdem, glaube ich, relativ gut bekommen. Das ist der Stoff, aus dem ich das Outfit genäht habe. Das ist so ein pinker Cordstock. Das ist die Hose, das ist eine Shorts. Und die Hose habe ich tatsächlich zweimal genäht. Beim ersten Mal hatte ich einen falschen Schnitt. Dann habe ich die tausendmal anprobiert. Es hat nichts gepasst. Ich war richtig am Ende. Wollte schon das ganze Outfit aufgeben und hatte gar keine Lust mehr. Dann habe ich mich nochmal ran gesetzt und es hat zurückgeklappt. Dazu habe ich dann noch ein Scrunchie genäht. Also alles einfach aus dem gleichen Material. Und ich sage euch, Scrunchies aus dem Cord-Material, das ist die Hölle. Das werde ich nie wieder tun. Und jetzt kommen wir zum Oberteil, da es ja wirklich ein Zweiteiler aus einem Material ist. Es ist natürlich auch pink aus Cord. Es ist eigentlich, ja, ganz normales T-Shirt, was ein bisschen kastenfamiger geschnitten ist. Das ist ein Crop-Top. So sieht man das Material vielleicht nochmal ganz gut. Jetzt muss ich das eben nochmal zumachen, weil die Rückseite ist sehr, sehr schön. Da habe ich tatsächlich so ein paar Details eingearbeitet, die man auch an den Barbie-Kleidern früher gefunden hat. Vielleicht kennt der ein oder andere noch. Diese Rosen, kennt ihr die noch? Die waren doch immer an diesen Prinzessern, der Kleider irgendwie hier oben oder am Ärmel oder so dran. Und die habe ich dann einfach, nicht als Knopf, aber einfach so da, wo die Schleifen zusammengebunden werden. Das sind drei Stück. Habe ich dir dann quasi immer da auf der Höhe einfach platziert. Das ist quasi so ein offener Rücken mit drei Bändern, wo man dann die Schleife hier zumachen kann. Und das sieht in Kombination eigentlich ganz cool aus. Aber immer wenn ich im Stoffladen bin oder auch früher war, habe ich mir nicht nur was mitgenommen, wo ich ein Projekt genäht habe, sondern das ist so ein kleines Schlaraffenland. Und da nehme ich immer noch Stoffe mit, wo ich mir andere Dinge vorstellen kann, die ich da noch nähe. Und das ist natürlich auch diesmal passiert. Unter anderem habe ich dieses Oberteil hier genäht. Das hat ein bisschen längere Ärmel, Blusen, Sommerstoff würde ich sagen. Ich fand den total schön und kannte den auch schon von anderen Teilen, die ich mal irgendwo gekauft habe. Habe das dann hier am Ärmel noch mit so einem Band versäubert. Ein sehr gemütlicher Sommerteil. Und hier ist das quasi noch so ein bisschen gerafft. Da hatte ich noch ein bisschen Stoff über. Habe das dann noch so ein bisschen da unten dran genäht, damit es nicht so kurz ist. Und die Rückseite ist auch wieder offen. Also da habe ich dann quasi mit ein paar Knöpfen das Ganze zusammengebunden, aber eigentlich auch wieder noch ein bisschen. Und da ich noch mehr Lust hatte zu nähen, habe ich noch ein Teil gemacht. Vielleicht könnt ihr euch ja noch an dieses eine Top erinnern, das ich mir zum Laufen gekauft hatte. Dieses gelbe, hellgelbe Top, was ich immer über die Shorts gerne ziehe, über diese grüne, was ein tolles Sommeroutfit zum Laufen ist. Und ich habe in der Farbe halt einen Stoff gefunden für ein T-Shirt. Ich mag total gerne das Material. Ich bin eigentlich auch richtig happy. Das ist wieder so ein Crop Top und hinten ist der Rücken quasi wieder offen und ich habe dann auch wieder mit Knöpfen gearbeitet. Und tatsächlich hatte ich wirklich gestern von morgens bis abends Bock zu nähen. Den ganzen Tag. Das ist erstmal so der Stand der Dinge. Ja, Laufplan, Freunde. Der Laufplan für den Marathon. Irgendwie habe ich das einfach so ein bisschen vergessen und jetzt gemerkt, dass wir nur noch zehn Wochen haben. Ich glaube tatsächlich, es sind nicht mal mehr ganz zehn Wochen. Nicht so gut, würde ich mal sagen. Aber ich habe mich schon mit dem Plan umgeguckt. Ich habe mir auch schon ein, zwei Pläne runtergeladen. Habe so ein bisschen geschaut, was die so beinhalten und werde vielleicht einen zusammenwürfeln im Endeffekt. aus mehreren Plänen und mir einfach so ein bisschen Inspiration holen. Und ich habe eigentlich auch geplant am Sonntag, dass ich da einen Long Run mache. Also 20 Kilometer, 22 Kilometer wollte ich da nicht schon mal machen. Und bevor es jetzt so warm wird, fahre ich in die Stadt. Es könnte auch noch regnen. Also beeile ich mich. Ich bin wieder zurück aus der Stadt und jetzt fängt es an zu regnen. Ich hatte so Glück. Wenn euch dieses ganze Nähthema nicht so doll interessiert, dann skippt gerne zu Freitag, also morgen. Da wird es mehr Food Content geben und auch mehr Lauf Content. Weil ich wollte euch nochmal eben zeigen, was ich aus der Stadt an Stoffen und Accessoires für Samstag mitgenommen habe. Diese Tasche. Ich finde, die sieht wirklich nach Barbie Accessoire aus. Und da kann man auch mal so, wenn man spazieren geht, also auch zu einem weißen U-Rteil, sieht super schön aus, öfter verwenden. Weil ich mag das nicht immer nur zu einem Outfit Accessoires oder Schuhe oder sonst irgendwas zu kaufen. Ich gucke da immer schon, zu welchen Sachen ich das noch kombinieren kann, die ich im Schrank habe. Und die ist richtig schön. Ich glaube, die hätte ich mir auch gekauft, ohne dass ich es am Samstag zu diesem Event gehe. Aus dem Stoffladen habe ich quasi das, was ich gerade anhabe, nochmal in einer anderen Farbe mitgenommen. Und den gleichen Stoff nochmal in diesem Grau. Ich würde sagen, das ist so ein Grau-Blau. Und einmal diesen Waffelstoff. Ich weiß gar nicht, ob man das Waffelstoff nennt, aber ich glaube schon, weil das sieht aus wie so ein Waffelhörnchen. Aber der ist tatsächlich richtig dünn. Also das ist wirklich für so T-Shirts oder Longsleeves. Und ich wollte daraus eigentlich irgendwie dann T-Shirt oder ein Longsleeve mit einer passenden Shorts dazu machen. Ja, und dann eigentlich nur noch so Accessoires wie Gummibänder. Passendes Garn und so weiter. Auch noch was zu essen. Ich liebe diesen Bagel. Ich esse den sehr oft da. Und zwar haben die den sogar nochmal warm gemacht. Das ist so ein Creamcheese-Bagel. Sehr simpel. Sehr kauf. Hello und wunderschönen guten Morgen. Wir haben Freitag. Das Wetter ist herrlich. Ich treffe mich gleich mit Leon. Und später mit Daniel. Zum Laufen. Bevor ich jetzt mir noch einen Kaffee mache und frühstücke, wollte ich nochmal kurz ein Produkt zeigen, was ich immer nutze. Eigentlich, wenn ich gerade ein bisschen Hautunreinheiten habe. Vor allen Dingen jede in meiner Periode, wenn ich hier noch mehr Hautunreinheiten habe als sonst. Wasche erst mal ein Gesicht. Gesicht. Dann... Also ich schmecke mich erst ab. Wasche mein Gesicht mit Wasser. Und dann packe ich das hier rauf. Vielleicht kennt der eine oder andere das auch schon von euch. Das ist echt richtig gut. Ich benutze es abends. Immer so. Ich würde sagen, fünf Tage die Woche. Und je nachdem, wie doll ich das natürlich habe. Ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Und dann habe ich noch für das Event am Samstag ein paar Ohrringe gekauft. Ich fand es irgendwie ganz cool, weil die passen zum Anlass. Und man könnte auch die benutzen. Aber irgendwie, dass das ein bisschen besser passt. Ich habe auch tatsächlich heute schon das an, was ich gestern Abend genäht habe. Ich bin auch relativ zufrieden eigentlich. Ähm, ja. Also fühle mich sehr wohl. Fand das ein super Projekt für gestern Abend noch. Jetzt brauche ich aber echt einen Kaffee und Frühstück. Was ich übrigens auch sehr gerne trinke, sind diese Kefir-Geschichten. Nur der hat jetzt, ähm, Laktose. Also ich bin ja laktoseintolerant. Deswegen kann ich das jetzt zum Beispiel nicht trinken. An sich mag ich es aber sehr gerne. Der hat jetzt nicht so viel Eiweiß wie der andere, den ich letztes Mal gezeigt habe. An sich ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Ich habe tatsächlich heute komplett vergessen, meinen Kaffee ohne Koffein zu bestellen. Und jetzt ist mir ein bisschen schlecht und ich habe ein bisschen Bauschmerzen, ganz bisschen. Und ich habe mal aufgebläht im Bauch, weil ich Kaffee einfach nicht so gut vertrage. Deswegen zählen wir heute keinen Crop-Top an, sondern eine Shorts und ein T-Shirt, was ein bisschen lockerer sitzt. Ich fühle mich an solchen Tagen einfach überhaupt nicht gut, laufe dann auch eine langsamere Pace und, ähm, versuche mich mit gar nichts zu stressen. Also wirklich 0,0. Selbst wenn wir jetzt zusammenlaufen, dann sage ich das natürlich und versuche mich da nicht irgendjemandem anzupassen, weil das tut mir nicht gut. Dann macht der Lauf nicht Spaß und, ja, das ist einfach doof. Ich möchte aber trotzdem laufen. Wie gesagt, wir haben bald Marathon vor uns und, ähm, deswegen möchte ich die Einheit jetzt nicht skippen, weil es geht mir nicht so schlecht, dass ich mich jetzt hinlegen muss. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen umdisponiert, weil die Hose tatsächlich ein bisschen lockerer ist. Also die ist zwar am Bein auch sehr locker, aber auch hier oben. Also das ist halt das Gute, dass die wirklich sehr locker sitzt und man die ja trotzdem noch hier durch dieses Band feststellen kann. Hoffen wir mal, dass es während dem Lauf nicht noch schlechter wird. Ähm, aber ich bin ganz zuversichtlich. So, zurück vom Laufen und ich muss tatsächlich sagen, ich war schon wieder gar nicht, wie viel wir eigentlich gelaufen sind. Ich muss mal eben hier nachgucken. Ich habe tatsächlich aber schon gemerkt, dass ich ein bisschen aus der Puste war. Dafür lief es trotzdem gut. Also ich finde das immer richtig cool, ähm, mit Daniel zu laufen, weil tatsächlich auch irgendwie immer die Zeit relativ schnell vergeht, weil man sich auch immer ein bisschen unterhält und das finde ich dann immer ganz cool. 13,1 Kilometer. Da kann man auch die Strecke sehen, die wir gelaufen sind. Also wir sind dann einmal quer durch die Eilenriede gelaufen. An der App zum Beispiel finde ich ganz gut, dass man hier sehen kann, wo, welcher Kilometer. Weil manchmal denkt man sich, ähm, im Nachhinein, wie weit ist es wohl, wenn man nächstes Mal direkt da hinläuft. Und bei der Apple Watch sieht man zum Beispiel nur, ähm, an dieser Leiste hier unten auch, wann man wie schnell gelaufen ist. Also zum Beispiel, wann man am schnellsten gelaufen ist, wann man ein bisschen langsamer gelaufen ist. Also diese Farbskala. Aber bei der Garmin sieht man zum Beispiel, ähm, dass hier Kilometer zwei, vier und fünf, glaube ich. Da sieht man halt, wo, welcher Kilometer war. Und das finde ich tatsächlich richtig gut. Mit ganz viel Fantasie sieht es so ein bisschen aus wie ein Schmetterling, aber ich glaube nicht. Wir hatten ein paar Höhenmeter dabei. Ich gucke mal eben, wie viele das waren. Insgesamt Anstieg 30 Höhenmeter. 25 Grad. Ich muss sagen, ich wäre heute alleine nicht so weit gelaufen. Und, ähm, das ist auch überhaupt nicht schlimm, dass man vielleicht alleine nicht so viel Lust hat, dass man ein, zwei Kilometer vielleicht weniger läuft. Aber in dieser Hinsicht kann ich es immer nur wieder betonen, ich glaube, ich sage das in jedem Vlog einmal, dass man an solchen Tagen, ähm, ruhig mal jemanden fragen kann, weil das sehr, sehr doll hilft. Gerade wenn man jetzt in der Vorbereitung ist für den Halbmarathon oder Marathon, dann muss man einfach ein bisschen Strecke machen. Dass man da einfach jemanden fragt, ob man irgendwie ab Kilometer sieben begleitet werden kann oder die letzten zehn Kilometer von dem Lauf oder so. Das hilft schon. Übrigens, ähm, ist mein Bauch nicht mehr aufgebläht. Das wollte ich noch sagen. Die Hose hat, glaube ich, sehr viel dazu beigetragen, weil wenn man eine Hose trägt, die noch so richtig rein drückt, also eine enge Hose, dann macht es das bei mir gefühlt, muss nicht sein, aber gefühlt immer noch schlimmer. Am Dienstag wird es ein Shooting mit Mizuno geben und ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht, damit wir ganz viele Möglichkeiten haben, was Outfits angeht. Das sind alles Sport-Tops oder auch T-Shirts und das sind jetzt Shorts, ähm, ja, also alles relativ gut miteinander kombinierbar. Viele Basic-Farben, damit wir einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten haben. Und man sieht von hier auch schon ein paar sehr, sehr coole Sachen. So, wir sind in Berlin angekommen und ich habe mich auch schon fertig gemacht. Ich habe mein Outfit an, was ich genäht habe und es passt eigentlich alles sehr gut zusammen. Also der Schmuck und das Outfit und die Tasche und ich habe hier noch so ein pinkes Scrunchy drin, das passt richtig gut dazu. Wir haben auch gerade schon ein paar Fotos gemacht. Ich blende euch die hier mal ein und man hört auch vorm Hotelzimmer hier oben ein bisschen Musik. Also ein paar Leute sind auch schon da und wir haben jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde. Dann treffen wir uns mit ein paar weiteren Leuten, die auch da sein werden und dann, ja, bin ich sehr gespannt, was einfach passiert. Ich weiß gar nicht so wirklich, was da auf einen zukommt. Ich denke mal, das ist einfach so ein Get-Together und dann gibt es vielleicht einen Drink oder ein paar Snacks oder irgendwie so. Und dann schaut mal den Film und, ja, wie gesagt, freue mich einfach, was passiert und werde euch natürlich mitnehmen und so gut es geht, ein paar Sachen filmen. Bis zum nächsten Mal. So, wieder zurück und eigentlich fand ich es sehr, sehr spannend, wie das Ganze abgelaufen ist und es war echt schön, sich das mal so anzugucken. Ich habe aber auch festgestellt, dass es irgendwie gar nicht so mein Ding ist. Vielleicht waren wir heute einfach ein bisschen früh da. Das könnte vielleicht der Fehler gewesen sein für mich persönlich, weil ich habe hier rumgestanden und wollte jetzt gar nicht so viele Fotos machen. Also mir hat das irgendwie gereicht, dass wir im Vorfeld was vom Outfit gemacht haben und musste da jetzt nicht irgendwie tausendmal das gleiche Motiv machen. Ja, aber an sich war es irgendwie ganz cool gemacht, auch der Bereich draußen, was ihr eben gesehen habt. Das war schon sehr, sehr cool. Man hat schon ein Gefühl für den Film bekommen. Ja, dann haben wir auch ein bisschen Popcorn bekommen. Also das Kinogefühl war auf jeden Fall da. Den Film an sich fand ich ganz okay. Er hat ein paar gesellschaftskritische Themen angesprochen, die wichtig sind. Ich finde es auch richtig gut, dass das immer mehr in Filmen vorkommt. Und deswegen will ich jetzt auch gar nicht so viel vorweg nehmen. Also ich fand die, wie gesagt, eigentlich ganz gut. Und eine Message war auch, dass die Perfektion, wie sie von Barbie vorgelebt wird, beziehungsweise wie wir sie wahrnehmen, dass das eigentlich total realitätsferne ist und dass man sich daran auf gar keinen Fall orientieren sollte. Und das habe ich irgendwie heute, auch bevor ich die Message kannte, für mich ganz gut umgesetzt. Und zwar habe ich natürlich gedacht, okay, viele werden heute in Kleidern da hinkommen. Viele werden High Heels tragen. Viele werden sich vielleicht in Hairstylisten nehmen und sich die Haare extra schön machen oder ganz viel Make-up tragen. Und das bin ich eigentlich überhaupt nicht. Ich fand das trotzdem interessant hinzugehen, wollte mich aber nicht so anpassen, dass ich am Ende gar nicht mehr selber bin. Und habe deswegen einfach das Outfit genäht und habe halt das angezogen, was ich im Alltag auch gerne trage. Also ein T-Shirt und eine Shorts und Sneaker. Habe mich jetzt nicht extrem stark geschwingt. Ich habe einfach einen Zopf gemacht, wie ich es auch im Alltag gerne mache. Ich hatte meine Haare nicht offen. Das ist halt so wichtig, sich einfach selber treu zu bleiben und sich nicht für ein Event oder andere Menschen oder irgendwas anderes zu verändern. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Streben nach Perfektion aufzugehen. Wir haben Sonntag und heute machen wir auf jeden Fall einen Long Run. Ich wollte ungefähr 20 Kilometer laufen, ein bisschen durch die Stadt, aber da habe ich relativ viel Lust zu. Ich habe zwei Jahre aktuell meine Tage. Ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen schwer und ein bisschen aufgebläht natürlich auch. Aber ansonsten eigentlich soweit ganz gut. Schlaf war glaube ich so Medium heute. Wenn es die 20 Kilometer nicht werden sollten, dann ist das so. Dann ist es auch in Ordnung. Ich kann den Lauf immer noch nächste Woche irgendwann nachholen. Klar wäre das natürlich optimal, jetzt langsam wieder einen langen Lauf zu machen. Aber wenn es heute nicht klappt, ist es nicht schlimm. Ich setze mich da jetzt nicht unter Druck. Ich habe gestern übrigens total vergessen zu erwähnen, dass ich Ricardo Simonetti getroffen habe. Jetzt kommt die Sonne wieder richtig stark aus. Die Sonne ist auf jeden Fall da heute. Das ist für den Lauf sehr, sehr gut. Wir haben wirklich fantastisches Wetter und wir wollten gleich auch noch ein bisschen Fotos machen, bevor wir frühstücken. Wir haben es jetzt Viertel nach neun. Ungefähr so zwei Stunden, bis wir loslaufen, was eigentlich ein optimaler Zeitraum ist. Und dann bin ich gespannt, wie es heute läuft. Wir suchen jetzt ein Fahrrad und dann machen wir ein paar schöne Aufnahmen. Wenn wir im Sommer Content machen, vergesse ich immer, wie wir haben. Es ist jetzt immer schon nach dem ersten Video super warm und meistens klappt es da nicht, sich umzuziehen, weil man so schwitzig ist, dass man in die anderen Sachen gar nicht mehr reinkommt. Aber wir haben richtig Glück mit dem Wetter, das ist super schön. Ein Outfit haben wir noch und dann geht's zum Frühstück. Hier in der Nähe ist gerade ein Espressohaus und da werden wir uns jetzt ein bisschen was zum Frühstücken holen. Jetzt haben wir es 10.20 Uhr, also eigentlich passt das richtig gut, weil dann können wir um halb eins loslaufen. Ich habe mir jetzt ein Porridge geholt mit, was steht hier drauf? Mango Minze. Genau, das passt eigentlich perfekt von der Laufeinheit. So, ich bin fertig. Ich habe ein schwarzes Lauftop an, diese Tanktops, die rote Hose von Gymshark mit der anderen Hose drunter und Laufschuhe sind die Wave Horizon 6 und die Zuno. Im Dienstag testen wir den neuen Wave Sky 7 und da bin ich richtig gespannt drauf. Also ich habe den jetzt auch noch nicht bekommen vorab, ich teste den wirklich erst im Dienstag beim Community Run. Es ist zwar ein bisschen blöd, dass es erst im nächsten Vlog kommt, aber das ist halt nächste Woche. Ich würde ihn euch einfach jetzt gerne schon zeigen, aber ich weiß auch nicht, wie der finale Schuh aussieht. Also es gibt mehrere Colorways und ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wie die Farbkombi aussieht, die wir dann in den Dienstag bekommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. 18,4. Wir sehen uns beim nächsten Mal. weil man weiß nicht, Ich bin vorgestern 13 Kilometer gelaufen, Ich bin vorgestern 13 Kilometer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr habt ihr gesehen, Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und da weiß ich, Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.